Ich habe vorher nicht gewusst, was Angst ist und was ihr mit einem macht. Vorher habe ich gedacht, ihr seid ja sowieso da und ihr passt auf mich auf. Wir müssen jetzt gemeinsam ein Abenteuer bestehen. Jan Philipp ist entführt worden. Polizei Hamburg, wir sind die Angehörigenbetreuer. Wir sind bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020